Okay, ich bin vergiftet, ich bin vergiftet. Oh shit und damit herzlich willkommen, ich habe mir gerade noch die Mütze zurecht gerückt. Nein, wir sind alle vergiftet! Lauf raus! Ich hab sie, ich hab sie, ich hab sie, ich hab sie. Braucht die Milch? Alles gut, alles gut, wir brauchen Milch. Äh, ja, ich weiß nicht, wie lange das hält. Aufwand kann man an Gift sterben, oder? Nein, 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 kann man nicht, an Hunger aber. Okay, das ist ein bisschen stürmischer Anfang gewesen, sorry dafür und willkommen zur nächsten Folge von Minecraft Reset. Wir sind gerade in der letzten Folge hier gewesen, haben uns noch wieder mit denen das Trick hier einen Spawner angeschaut, das war scheinbar schon wieder ein Zombie-Spawner ist da. Ein Schuss in den Ofen, aber wir könnten trotzdem schnell holen, ich sag euch wie, okay? Geht weiter geradeaus. Ihr müsst erst mal das hier klären, hier sind überall... Oh, das ist ein Sklänze, oh shit, ich bin da vergiftet, aber ich bin zurück. Nein, ich bin da, komm nicht, einmal bloß, komm nicht. Was ist da? Nein, 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 nein. Nein, jemand, nein, niemand, nein! Wir wären, ro była, roai, rau. Naja, mir geht's gut, ich kann drinbleiben. Mach den, mach den, mach den, baue den ab, den Spawner für den sparen. Ja, ich bin dabei. Oh shit, das ist so stark das Für den gift und... Ist abgebaut, ist abgebaut. Weiter, das ist echt so krass mit den Spinnen. Okay, man verliert ungefähr die Hälfte seiner Herzen. Okay Lehner, leite uns mal, leite uns mal. Das ist so viel mehr Fäden. Ihr dürft nicht so weit runter gehen okay? weiter geradeaus, aber nicht runter. Wo ich gerade bin? Bin ich richtig? Ich sehe nur Simon. Ja, geh weiter, du musst auch schon wieder hoch. Du musst auch schon wieder hoch. Ich hoch? Ja, beide müssen hoch. Ich gehe hoch. Ich nehme zumindest in die richtige Richtung. Hoch, ja, und jetzt nach rechts. Nicht mehr weiter geradeaus, beide, sondern nach rechts. Ich habe keine Fackeln. So? Ja, und Manu, noch ein bisschen weiter, du kannst gleich nur noch hoch. Moment. Noch ein bisschen weiter, Manu. Weiter, Manu. Ich hatte wohl Fackeln, oder? Komm, komm zu mir, Simon. Ja, ja. Ich bin wahrscheinlich näher. Simon ist super, Simon ist super. Simon, bleib mal da. Hey, du bist näher als ich. Simon, geh weiter rechts rein. Da in den Gang, genau. Geh durch, geh durch, geh durch. Und genau, über dir, Simon. Ach, ich sehe ihn schon. Ja, hier sind die Steine schon. Hä? Du hast dich ja richtig schlecht... Wo ist denn Simon? Ich sehe ihn ja nicht mal. Also, Simon ist irgendwie... Der ist sogar halb offen. Dieser Spawner ist sogar halb offen. Das könnte richtig gefährlich werden. Die könnten mich hier runterschubsen. Ja, wie komme ich denn zu dir? Ich bin einfach nur so einen Gang lang gegangen. Da war direkt ein Gang zur Mine. Geht euch meinen. Leute, komm, stell dir zurück. Hier ist ein Creeper neben mir. Ja, komm. Nein! Lock dich aus. Lock dich bitte aus. Lock dich bitte aus. Lock dich 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 einfach aus. Nein, nein. Lock dich einfach aus. Alter, es geht noch neben mir. Lock dich aus. Lock dich doch einfach aus. Aber das wäre das hier gegen die Regeln. Das ist gegen die Regeln. Wir sind nicht bei Varro. Wir sind nicht bei Varro. Nein, ich bin vergiftet. Scheiße. Okay, lock dich auch aus. Mir geht es sehr gut von der AP. Ich logg mich auch aus. Ich logg mich auch aus. Oh, da ist er. Boah. Alter, er ist tot. Er ist tot. Oh, er spawnt sich auf einmal ein Creeper. Was soll das? Hä? Oh. Einfach direkt neben ihm. Und er ist noch nicht rausgekommen. Warum? Oh, war ein bisschen knapp, ne? Bäh. Es ist übrigens nicht gegen die Regeln, sich auszuloggen, weil es ja kein Combat-Logging ist. Alter, noch so ein Scheiß. Oh ja, geil. Ich bin schon wieder vergiftet. Aber weißt du was? Wir hatten in Reset 1, hatten wir mal so eine Situation, da waren wir in der Hölle und wir hatten uns so irgendwie ausgelaufen, weil wir in die Lava gefallen sind. Andere hat uns freigetraben oder so. War das ein Reset? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall, das war der Hammer. War das nicht in Varro sogar mal so? Nein, in Varro ist verboten. Okay. In Varro ist natürlich verboten. Noch ein Sattel, noch zwei Name-Tags, einmal. Ja. Okay. Der ganze Scheiß, den wir schon tausendmal haben. Mann. Mann. Ich will Skelett-Spawner. Das stimmt, aber. Das stimmt. Ihr draußen wartest stattdessen ein Scheiß-Skelett. Ja, ja. Weh, weh. Ich hau dich kaputt. Mann. Ich mach euch alle kaputt. Und ihr lasst bitte mein Scherz nur. Noch eine Portal Gun. Eine Peabody Portal Gun. Die hab ich, glaube ich, ja. Ist das aber die gleiche Farbe auch? Ich weiß nicht, ob was explodieren wird. Das war mein Creeper. Oh Gott, jederzeit könnte es vorbeigehen, ey. Wir haben noch drei Schallplatten. Ich kämpfe gerade gegen drei. Gleichzeitig. Welches ist denn mein, welches ist denn mein, ist das meins, das, was ist denn mein Portal? Was ist denn mein Portal? Ist mein Portal? Ach, ich weiß nicht, was mein Portal ist. Resette, aber bitte keine neue Portal Gun. Gelb. Ich weiß nicht, welches Portal. Ich weiß nicht, welches Portal meins ist nach Hause. Gelb, gelb ist das, was zu Hause steht. Bei dir. Gut. So, ich hab noch einen Zombie-Spawner mitgebracht. Den haben wir zum Glück noch gar nicht. Ja, endlich. Guckt euch das mal an. Wir haben eine ganze Armee-Zombie-Spawner. Hat irgendeiner von euch was mit meinem Pferd gemacht? Ich hab's vergewaltigt. Ich hab's vergewaltigt. Wo ist das genau? Im Waffen. Genau, da in der Nähe. Ah, da ist es. Ich hab's gerade gesehen. Komisch. Das ist komisch. Ein heckendes Pferd. Kann einer von euch ein Portal machen? Nee, dass ich mit dem Pferd safe rauskomme. Ja, aber mit meinem bin ich ja nicht safe draußen, weil da bin ich ja, weil ich so in der... Ach so. Nee, tut mir leid. Das hast du dir auch nicht verdient, nachdem ihr mein Pferd getötet hast. Boah, und es ist Nacht, ich komm hier nicht weg. Ja, viel Spaß beim Sterben. Viel Spaß beim Sterben. Ich hab ja kein Problem heute, wenn du stirbst. So. Die Hühner sterben irgendwie, wenn die Eier legen. Die haben so Schmerzen in so einem Anus. Hier ist eine Hexe. Ich reite jetzt einfach mit dem Pferd durchs Portal. Juckt mich alles nicht. Das ist unfassbar gefährlich. Sein Pferd hat überlebt, ey. Du, ich töre das gleich mit dem Schwert. Lass uns Fett legen. Lass uns Fett legen. Ja. Hält dich aber auch Schaden bekommen. Machst du mir auch noch so ein Item Frame, Manu? Und suchst mir ein Emerald, dann würde ich auch noch ein Emerald da reinlegen. Genau, soll ich dir noch ein Emerald suchen? Ja. Klar, warum nicht? Ach, Puffi. Ein Emerald suchen. Dena sieht den gar nicht als richtig Puffi, ne? Ja, ja. Der ist unser gutes Team. Oh. DENER! Alter. Bist du eigentlich komplett doof? Hätte ich dich jetzt nicht weggeboxt, wärst du gestorben, Alter. Hör auf, wenn du lachst. Das ist nicht lustig. Ja, doch. Eigentlich schon, also. Ich musste auch lachen. Nee. Dima, kannst du einmal mit meinem Pferd durch das Portal durchreiten, dann mache ich das neu. Wieso sollte ich? Ich nehme dein Pferd in die Hand und ich tue es einfach hoch. Geht das? Ja. Ja, geht. Ja, es geht prima. Es kriegt halt ein bisschen Schaden, weil wir so einen engen Eingang haben, aber es geht. Habe ich gehört gerade. DENER! 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 Stellt euch vor, ich zünde euch einfach alle an. Was ist das hier? Das ist die Hühnerfarm. Achso, du hast dein Portal nicht mehr nach oben hingelegt. Dann nimmst du die Eier, nimm mir die Eier. Hallo, 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 Party! Und dann kannst du die Eier in das Ding rein tun. Überall am Start habe ich Jigs. Und guck mal, in der Truhe sind so Samen. Und dann kannst du die Samen rausnehmen und dann kannst du hochschwimmen und die dann alle vermehren. In die Herzen. Okay, Leute. Wohin führt denn jetzt euer Portal? Dann kann ich das mal eben, oder ich werde es einfach mal mit unseren Namen bestücken. Mhm. Den Namen. Ich weiß es nicht. Ich schreib nicht mal mir. Äh, Portal von Ungespielt. Weitportal ist aber nicht so präzise, ne? Ja, schreib doch auch hinwohin, Leute. Ich weiß es nicht. Es ändert sich ja bei mir immer. Ja, bei mir ändert sich das immer. Ich hab das immer dabei, weißt du? Ja, eins wollen wir aber auf jeden Fall... Ja, mal da. Äh, Dena, du hast doch noch eins gefunden, was nicht benutzt wurde, ne? Hm, ja. Dann gib mir das bitte. Hm? Dann werde ich das... Ja, damit ich, äh, das Wüstenportal immer aufrechterhalten kann. Aber ich will doch zwei haben. Ich hab eins. Ja, aber ich hab dann gar... Ich hab grad gar keins. Warum nicht? Ja, weil das immer in der Wüste bleibt. Aber es muss nicht in der Wüste bleiben. Ich hab doch auch eins in der Wüste. Das kannst du neu benutzen. Ja, aber das... Es kann doch dann gut sein, dass wir irgendwann keins mehr in der Wüste haben, weil du da einen Zweck gelegt hast... Und ich mein's auch. Nö, ich lass meins da. Hä? Dann beschrift das richtig. Dann beschrift das, was in der Wüste ist richtig. Damit wir wissen, welches in der Wüste führt von dir. Hm. Okay. Mhm. Aber mein Portal ist da eigentlich besser, weil das ist mittendrin in der Prärie und nicht in dem Haus. Ja, aber was wollen wir in deiner Wüste jetzt noch, wenn wir so schon alles haben? Ich bin's auch total abgerissen schon. Es ist, äh, das Bio, was am weitesten weg ist, glaub ich. Ist schon auf jeden Fall weit weg, ja. Wollte zweier Punkte haben. Ich tu mal die Portalgans wie die andere Portalgans. Hm. Ich dachte, du hattest auch zwei Portale, dachte ich. Ja, aber das hab ich weggelegt. Weil das ist, äh, das, was in die, äh, da unten führt. Zu viel Portalgans am Start. Okay, dann hast du hier eins, hier, da. So. Dann lege ich meinst jetzt weg, was in die Wüste führt. Boah, Essen? Warte mal. Alter, du musst dann aber hier beschriften. Das war eigentlich mein Zweitportal. Dann schreib ich da mal hin jetzt Wüste, ja? Oder was soll ich dann noch? Äh, ne, ne. Nein, 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 nein. Dann ist einfach nur Dehner. Dann, äh... Das hier ist aber das Zweitportal. Da ist doch... Ja, aber du hast doch nur noch eins. Das hier ist das, was ich dir gegeben hab. Ach so, das ist dann meins. Ach so, ja, dann, äh, nimm das hier, um Dein zu beschriften. Mach mal ein Hör. Ach ja, ja. Ich hab auf meinem T-Shot steht umgespielt. Und ich bin umgespielt. Hallo? Lol? Lol, wie kann das denn passieren? Portal von... Oh, das ist störig, das ist störig. Ich bin echt zu dumm gerade. Da von Grimmel-Let's-Play. Ah, ich bin ein guter Ado Grimmel-Let's-Play. Ja, das ist doch mal übersichtlich. Dann haben wir hier ne richtige... Portal. Aber bait das mal. Ja gut, wenn da einfach nur Zeit versprecheint willst. Ja, sieht erstmal aus. Das hier ist mein Pferd, das hier ist mein neues Pferd. Das hat nämlich vier Herzen plus. Ist das n Perdinand? So vs. das hab ich noch nie gesehen. Deiner, geht von meinem Pferd weg, sonst schlag ich mich wirklich tot. Es ist mir scheiß ich, ob wir resetten. Voll aggressiv Scheißegal, ob wir resetten, Alter Scheißegal, es wäre das Scheißegal, ich mach dich ja weg hier Ich mach dich kaputt So, ist es schnell Mein Pferd hängt in der Wand Ich kann ja gar nicht reiten, weil ich ja Keinen Sattel drin hab, warte mal Ich muss dann schnell den Sattel holen Von meinem anderen Pferd Ist das mein anderes Pferd? Ja Zack, zack Sattel Zack, und dann guck mal, wie schnell du bist Oh ja, das ist sehr schnell Oh ja, das ist gut schnell Und kann es auch hoch springen Gucken wir mal, die Dreierstufe Nein, es kann keine Dreierstufe Oh, kann es aber auch nicht Da fährt sehr viel Herzen Und das ist sehr schnell, das gefällt mir Ja, jetzt nehme ich mir das Pferd So, dich nehme ich jetzt auch Dich nenne ich jetzt auch um Mein Pferd nenne ich jetzt auch um Er nennt das Pferd jetzt um Das sag ich euch nicht Denn er ist etwas dumm Sehr gut, haben wir noch irgendwo eine andere Pferderüstung, eine bessere? Ich habe noch eine zweite Eisenrüstung Oh ja, dann würde ich eine Eisenrüstung Ne, ich nehme die Goldrüstung Ist mir eigentlich egal Kannst du mir die geben? Die Eisenrüstung? Die Eisenrüstung, ja Na klar Wie mache ich das? Wie nenne ich ein Pferd um? Ah, habe es schon Yeah, mein Pferd Es ist ungeritten Ja Das ist aber eine Lüge So, ungespielt und ungeritten Auf geht's Das klingt echt Ich bin falsch Ähm, welches ist jetzt in die Wüste? Da steht alles dran Total von Gamer, Let's Play Wüste, okay Das sieht schön aus Ab in die Wüste! Ich höre einfach direkt ein Pferd sterben Mein Pferd ist tot Ja, mein Pferd ist schnell Ernsthaft? Ja, mein Pferd ist schnell Und es hat vier Herzen plus Ich dachte gerade, tot Nö Nö, tot Mein Pferd ist schnell tot Ja, der hat ja gerade gesagt Mein Pferd ist unbesiegbar Ah, würde ich jetzt nicht sagen Doch Ich habe nämlich beim Pferd gesagt Du wirst unbesiegbar sein Der Beste sein Die Zeit wird ... Der Tag ist nicht mehr bald Was dich weiter bringt Ne, was dich stärker macht Bringt dich voran In die Hülfensee Also, von der Schafwitzer Mann Deeeex Eins verleiht aussie Kraft Dragon Boom Spero Der kann gar nicht mitsägen Weil der einfach keine Kindheit hatte Der Junge Nein Das ist richtig traurig Das ist richtig traurig gespielt. Ja, habe ich gehört. Das Gerücht kenne ich. Und Gold. Das Gerücht kenne ich. So. Ich habe einen Spawner gefunden. Ja, nice. Jetzt wirst du noch das letzte Spawner sein. Ein Zombie Spawner, oder? Ein Zombie Spawner. Das ist ziemlich weit unten. Ich kann es nicht erkennen. Es kann nicht noch ein Zombie Spawner sein. Es kann nicht wirklich nicht sein. Den jetzt kommen. Den jetzt kommen. Sag mal. Nee, ich baue mich jetzt runter. Ja, baue ich mal runter. Brauchst du Hilfe? Nee, gerade nicht. Weißt du, wo der ist? Äh, ich verstehe nicht, warum ich das. Ja. Okay, okay. Okay, dann gucken wir mal, was ist noch da. Ich helfe dir jetzt aber. Ich gehe zur Hilfe. Mein Pferd ist eigentlich. Aber auf einmal hilfst du mir. Ja, wenn es um Spawner geht, dann bin ich ganz schnell. Bin ich immer ganz schnell da. Ja, bist du ganz schnell da. Die ganze Arbeit mache ich. Und dann kommt der und klaut alle Sachen, die ich da finde. Ich baue uns gerade ein Zuhause. Ich mache hier die ganze Arbeit. Du machst dich immer nur. Du haust dir mit dem Ding vor den Kopf und guckst, wo Spawner sind. Jeder macht hier seinen Teil. Nein. Nein, du warst nur gute Pferde. Hä? Nein. Ja, doch. Also das, doch, da muss ich aber echt sagen, das stimmt. Nein, es ist ungeritten. Warum eigentlich nicht geritten? Hä? Ich bin, wo, wann? Ich habe nie getan. Also, außerdem nur fünf Fische, ja? Also, bitte dich. Noch höre ich nicht. Hä? Was? Hä? Was? Ich versuche, mein Pferd durchzukommen und komme wieder zurück. Was ist das für ein Portal? Da muss ich mal durchgehen. Okay, ist wahrscheinlich locker das falsche Portal. Dann nehmen wir mal das. Äh, das Rote. So. Komm rein. Komm, Pferdi, komm. Ja. Hey. Hallo. Willkommen in der Portalstadt. Kein Problem. Kein Problem. Ach, danke. Willkommen in der Portalstadt. Kein Problem. Dena, welches Portal bist du gerade? Also, wo kann ich... Ich war uns durchgegangen, dann bin ich noch ganz weit gegangen. Ich habe noch kein neues gemacht. Ja, dann mach mal ein neues, da wo du jetzt bist. Ich komme dir zu Fuß zu Hilfe. Ich überlege gerade, wie man das hier sicher machen könnte, dass hier keine Monster reinkommen. Aber ich will ja auch, dass wir hier noch rauslaufen können. Ja, ich habe das gelbe für dich zu mir. Das gelbe für Dena. Ich habe eine Idee, denn ich bin super toll. Bist du in der Nähe von dem Ding? Irgendwo hier muss es sein. Ich höre, ich höre Skelette. Ich höre Skelette. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Heißt nichts. Heißt nichts. Ich höre Zombies. Ja, ich höre Zombies und Skelette. Da lang. Höre ich die Skelette. Nee, ich höre sie in die Richtung. Okay. Ich höre auch Spinn. Natürlich hört es Zombies ganz laut. Ja, es sind sehr viele Zombies. Ich glaube es ist Zombie Spanner. Das wäre schön. Ach man. Wäre es nicht toll, Leute. Oh Gott, das wäre so scheiße. Das halte ich nicht mehr aus, wenn das nochmal passiert. Es wird nochmal passieren. Nee. Simon, wie das darf? Das darf aber nicht. Wenn das passiert, bin ich weg. Ich töte mich. Ja. Einfach so instant. Ja, let's play Slames, ja. Ich habe noch ein Wasser. Jetzt rass dich aus. Wo ist denn das hier? Es war hier irgendwo. Ich glaube ich muss nochmal sitzen. Ich höre sie ganz deutlich. Über mir. Ja, es ist ein Zombie Spanner. Hast du ihn schon? Also ja, ich bin so nah dran, dass ich die ganze Zeit Zombies höre. Und in so einem... Oh. Ja. Oh nö. Das ist doch scheiße. Oh Gott, auf einmal ist hinter mir ein Zombie. Alter Falter. Soll ich nochmal suchen oder findest du? Nee, ist ganz nah hier. Ich kann es auch nochmal kurz aufbauen. War nochmal auf, ja? Ja, nee, er ist hier. Also ich höre ihn so laut. Ja, ist er. Ich habe ihn gefunden. Boah, in dem Moment klick ich den Redster. Klick ich den Dings hin. Ah, er hat mir wieder vier herbekommen. Okay, so. In dem Moment haben wir ihn closed. Und bis jetzt. Und was ist das für ein Skelett? Ja, muss ein Zombie Spanner sein. So viele Zombies. Oh Mann. Das ist echt voll die Krankheit. Es kann doch nicht sein, dass es jedes Mal so ein Scheißding ist. Ah, das ist ein Skelett. Okay, eine Kiste nur leider. Oh, noch eine Porto Gun, eine Porto Gun und noch eine Pferderüstung und noch eine Sattel und noch eine Eisnerrüstung. Okay, es ist ein paar schöne Sachen da drin wieder. Boah, es kommen überall noch viele. Ja. Ja, ist wieder so eine Schlucht halt, ne? Ja, schade, 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 Leute. Ey, schon wieder. Das ist unser sechster Zombie Spanner, den wir jetzt zu Hause stehen haben. Es ist langsam... Oh, ist jemand hier so eine Kiste gewesen? Ja, wo denn? Ja, das ist nichts zu tun. Das ist nur Melonsamen, Gold und Kohle. Hier in der, ähm, in der Mine. Einfach nur den Gang gerade ausgegangen und dann einen abgebogen. Äh, äh, ich habe mein Zombie Spanner-Fahrrad verloren. Also, ich bin gerade mit dem Zombie Spanner hier durchs Portal gelaufen. Und habe ihn irgendwo verloren, aber er muss irgendwo jetzt auch... Oh nein, der arme Zombie Spanner. Leute, es ist ein villiger Zombie gespawnt. Weißt du was? Den hätten wir, äh, hätten wir Dinges machen können. Den hätten wir, äh, mit einem Goldapfel hätten wir den zu einem normalen Wildscher wieder zurückmachen können. Naja. Und das hätte was gebracht? Gar nichts. Hier. Oh Mann. Unser nächster Zombie Spanner. Ja, was brauchst du hier? Cool. Äh, ich will einfach nur, dass es sicher ist. Das ist da, wo wir uns aufhalten. Und wir können dann hier mit den Pferden raus. Regen oder rauslaufen und dann, falls wir ohne Pferd unterwegs sind, hier wieder rein. Cool. Okay. Wir haben jetzt eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Zombie Spanner. Ich würde sagen... Dex. Wir haben sechs Zombie Spanner. Ich frage mich, wie das überhaupt möglich ist, dass wir keinen Sales Spanner finden. Aber, okay. Vielleicht mit dem Trick findet man nur, findet man nur Zombie Spanner. Blablabla, haut rein. Wissen Sie, wenn es euch gefallen hat, lasst euch da oben da. Wünscht uns Glück. Wünscht uns Glück, dass wir in der nächsten Folge das Spanner finden, endlich. Und ja, haut rein. Ciao. Tschüss. 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 Tschüss.